Ich distanziere mich übrigens auch von Bruce. Ich glaube, es ist so zwei Monate her, da habe ich ihr immer noch gesagt, wie gerne ich Bruce gucke und wie cool ich ihn finde. Und das hat sich drastisch geändert. Nach dem Sinan-G-Skandal und jetzt natürlich auch noch, dass er den Bruder Twizy angeht und auch darüber hinaus Bekanntschaften wie KuchenTV und Marvin California, mit denen ich auch cool bin. Mit Marvin mehr als mit Kuchen, mit Kuchen auch, aber mit Marvin einfach, auch wenn wir nicht viel Kontakt haben, ist es mehr als ich mit KuchenTV habe. Und da muss ich natürlich loyal sein und Partei ergreifen und auch seine Argumentation, die er da gerade so an den Tag legt, ist eigentlich zu erklären mit einem eigenen Zitat, was er gerade gegen jemand anderen mal gebracht hat. Es fühlt sich so ein bisschen an, wie mit einer blinden Taube Schach spielen, Alter. Aber ich muss eh mal wieder in Therapie. Ganz richtig.